Ja, jetzt klappt es. Hallöchen, herzlich willkommen zu Trouble in Terroristown. Der ist mal wieder dabei hier. Pistole. Ja, es ist wieder. Das letzte Mal war ich leider nicht dabei, da kam aber was dazwischen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir aber nicht mehr aufgenommen. Da kam irgendwas dazwischen. Mein Keller, glaube ich. Als ich das letzte Mal aufgenommen habe, warst du noch dabei. Okay, dann waren dazwischen keine Aufnahmen. Nein. Und es sind, glaube ich, noch zwei Folgen von der letzten... Achso, wir waren nur zu zweit. Das erklärt sehr viel. Heiko, was sagst du? Ist die Map klein genug für den Doktor? Ja. Oh Gott, die Map, Alter. Die kenne ich gar nicht. Das sind Flashbacks. Das ist eine MB2-Map eigentlich. Das ist eine Modern Warfare. Arnie, du bist leise. Warum bin ich leise? Ich habe ihn gerade lauter bei mir gemacht. Ich habe mein Mikro ein bisschen angepasst, aber warum bin ich leise? Nein, du bist nicht leise. Nein. Nein. Ist die, ist die ja dunkel. Dann wieder in die Steuerung hier reinkommen. Ich bin total unschuldig. Achso. Arnie, 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 Arnie. Ich lebe noch. Noch? Ich dansele hier mit Arnie auf dem Dach um und keiner von uns beiden ist tot. Bist du sicher, dass keiner tot ist? Ach komm, Heiko, höre auf damit. Ich habe keine Ammunition, also ich habe keine Munition für so einen Unsinn hier. Das ist... Das ist doch Quatsch. Wie dat hier? Du treffst da sowieso nichts. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich war total überrascht. Hier war noch keiner da. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade sagen, ich habe schon gedacht, es wäre noch mehr da. Deswegen habe ich mich so gewundert, warum Heiko auf mich schießt. Oh, habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Server da ist? Nein, 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 nein. Alles gut. Ich lade gerade bloß Sounds runter. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, Doktor, ich glaube, du brauchst einen neuen Rechner. Der ist so langsam, ne? Halt die Fresse, ey. Halt die Fresse, ey. Halt die Fresse. Überhaupt mal so. War was? Internet so. Wäre auch nicht schlecht, oder? Er hat ja. Hat er? Mein Internet ist eigentlich voll in Ordnung. Ja. Aber auch seine 50K-Leitung. Könnte noch auf 100, wenn er will. Ich bin hier bei Loki. Ich bin der Sektiv. Ich habe das Recht, jeden zu erschießen. Bis auf das Karma, das rächt sich dann bei mir. Ah, Arnie, Arnie. Boah, von Arnie gehe ich weg. Obwohl, es war mein nacheinander. Ah, das Risiko ist der Kleinigkeit bei Arnie. Bats. Die Frage ist... Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal präventiv erschießen sollte. Die Frage ist, wenn ich jetzt Detektiv bin, haben wir jetzt hier zwei Killer? Guten Tag. Ey, was machst du denn hier? Hör auf damit. Ich glaube nicht, dass wir bei fünf Wochen zwei Killer haben, oder? Nee. Dann ist es Heiko. Ich dachte, das ist Heiko. Das war der Rätschel mit der Pistole hinter Arnie hier. Ja, nee, nee. Der ist heute richtig. Ich habe mich jetzt irgendwas angeklebt, oder? Ja. Ich habe dich angespuckt. Also. Okay, okay. Heiko ist ein Spucken. Ich spuck gleich einfach zurück. Ich spuck gleich einfach zurück. Doktor, hast du vielleicht letztes Mal nicht die ganzen Sachen runtergeladen? Doch, habe ich. Okay, du hast es gemacht. Du warst ja nicht dabei. Nie. Ja, ja, ja. Nee, nee. Habe ich gemacht. Habe ich eigentlich gemacht. Hast wohl irgendwo was übersehen. Ja, scheint so. Du brauchst deinen Bildschirm, dass dir sowas nicht mehr passiert. Nein, 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 nein. Guck mich an. Ich habe hier Bildschirm, passiert sowas nicht. So lange wie es dauert, ist es Heiko oder Loki. Dafür weiß dann. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Also. Heiko schießt schon wieder auf. Arni. Nehmt Arni noch. Hä? Ich schieße niemanden. Arni ist tot. Arni ist tot. Okay, Heiko. Boah. Der BP Gang hat das versucht. Treff ich den nicht mal. Aber schön geschossen, Heiko. Hast den einen Moment ausgenutzt, wo ich Spielstand. Katerell. Ich habe nur einen Schuss gesehen. So aus den Mündungen kam raus. Und danach war halt Arni ruhig. Heiko traue ich sowas zu. Also zu treffen aus der Entfernung. Mir nicht. Das war so ein Glückstreffer. Wo war ich? Wo war ich? Ach hier. Ja. So. Schicke Waffe. Heiko, das ist ja nicht übel, oder? Dass ich gesehen habe. Hallo Loki. Hi. Okay. Dass ich gesehen habe, wie hinterhältlich du tötest. Heiko? Ähm. Okay, er lädt. Alles klar. Hast du deine Chance schon wieder ergriffen? Nee. Äh. Okay. Der Detektiv könnte das klären. Wo ist der Detektiv? Wer ist das? Das ist der, der da tot rumliegt. Ach so. Okay, das ist dann der. Hast du den clever gemacht, Tobi? Klar. Ich und Arni. Und Arni sagt nicht mal was dabei. Ja, am Essen, ja. Na den Guten. Aho. Na gut, der ist der Tod, das darf ja reden. Also Heiko, wenn du es nicht warst, dann... Nee, ich bin total entschuldig. Dabei läuft mir hinterher. Oder er zieht auf mich. Dann Tobi oder Arni. Guten Tag. Ja, Arni ist doch tot, Arni. Ja, der ist tot. Ja, dann Tobi. Ja, dann er schießt Tobi. Ich hätte dich vorhin umlegen können. Ah, er schießt wirklich auf mich. Hey. Hallo. Er ist vertrauenswürdig. Oh, oh. Hallo. Oh Gott. Diese MP hat mir den Arsch gerettet. Die schießt so schnell, dass man nicht richtig ziehen muss. Die P90? Ja. Und dass du, grad beim Essen, was war, auch sehr vorteilhaft und dich nicht bewegt hast. Die Chance hat sofort ergriffen. War ja klar, aber gut. Ja, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass einer von den anderen direkt daneben steht. Und ich sehe sie nicht. Aber ich hatte Glück, dass die einfach nicht da waren. Ja, beim Essen ist wirklich Berufsrisiko. Kannst ja nichts machen. Aber der Hunger treibt es rein. Doktor! Naja, jetzt was halt. Oh, es gucken zwei Leute zu. Ich grüße die zwei Zugucker. Ich kann euch lesen, wenn ihr schreibt. Vielleicht die Spoon, die sich überlegt, ob sie noch reinkommen soll. Komm, 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 komm. Loki, lecker, genau. Komm, 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 komm. Naja. Andi Möpp ist so winzig. Ah, hallo, Loki, hallo, Loki. Hallo, Loki. Wer schießt da auf mich? Ich glaube, es war Loki. Oh, Loki war es nicht. Oh, Loki war es nicht. Du bist verrückt? Ups, ich bin Detektiv und es kam wie aus der Nähe. Und ich war es nicht. Ich dachte, du wärst das gewesen. Sorry. Hä? Gib mir die Chance zu sagen, dass das ein Reflexschuss war. Oh mein Gott. Gib mir die Chance. Ich wollte gerade sagen. Die war es nämlich nicht. Reflexschuss. Es tut mir leid. Es war sehr verräterisch, dieses Verhalten. Oh. 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 Jetzt schießt der mit auf mich. Nein? Ähm. Nein, ich schieß auf Arnie. Warum? Ja, weil Loki tot ist und Tobi dete. Habe ich Tobi erwischt, scheiße. Oh mein Gott. Ich habe den Loki nicht erschossen, aber ist okay. Loki ist runtergefallen wahrscheinlich Nein, Loki hat mich erschossen Weil ich dachte, der hat auf Heiko geschossen Du hast auch auf Heiko geschossen, oder? Ja, das war ein Schuss nach oben Weil von da irgendwas runterkam An so komischen Strahlen Ich habe nur gesehen, du schießt auf ihn Und dachte mir, okay, du hast das versucht Aber daneben geschossen Du musst zugeben, es war ein sehr verräterisches Verhalten Ich habe dich nicht einfach so erschossen Ich habe halt gedacht, du bist es Aber wie immer war die Gefahr einfach Heiko Ich habe aber die ganze Zeit im Rücken zu dir gestanden Weil du Detective bist und von dir keine Gefahr ausgehen kann Und dann, ja, falsch gedacht Ja, schade, ne? Hättest du nicht auf Heiko geschossen Hätte ich auch niemals auf dich geschossen Ohne Grund, Alter Hallo, Loki Ich drehe dir den Rücken zu Er schießt mich nicht wieder Ich laufe rückwärts irgendwo hin Ich wollte dich übrigens gerade wiederbeleben Ich wollte gucken, wo das Ding ist Aber da ist vorher das Chaos hier ausgebrochen Ja, da ist Heiko passiert Na ja, da ist Heiko passiert Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt habe Aber ich wollte gerade gucken, ob ich nicht jemanden wiederbeleben kann Ah Wub, 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 wub Ja, ich wollte es hier gerade lesen Ja, Agi, schießt auf mich Steamt Loki, der spielt, bleibt alle 50 Sekunden ab Nee, Loki, stimmt nicht, ich streame Ah, come on Vielleicht ist das wieder Twitch Hallo, Herr Noob sehr gut man ich habe gerade im chat rum gelesen also es war leichtes ziel und du siehst doch mein bild das müsste auch mein bild angezeigt werden du weißt doch dass das hier nicht loki ist finde ich gut was habe ich denn verbrochen ist die waffe kann ja gar nix ich habe dass die haare kurz in den bart gestürzt aber ich dachte dass man mich trotzdem noch erkennt was war das für eine waffe diese fette pistole diese raging bull sieht aus als ob man damit nur ein schuss noch auch aber da kannst du auch gleich mal eben die hier umlegt ach so detektiv in detail die leuchtest blau da hat jemand geröpst hat jemand hier in der tue gesoffen ach so du bist alles klar okay wie konnte ich denn das verwechseln ist ganz normal er ist es heiko ist es glaube ich bin es nicht auf zu spinnen es ist es ist es ist Und nun schweigt der Wald wieder. Das große Wald schweigt. Ich versuche hier mit der Action Cam den Stream spannend zu erhalten, aber es ist ganz schwer mit den zwei. Allein liegen den Zickzacklauf, da muss erst mal mit der fliegenden Cam hinterher kommen. Doktor, ich brauche die Titelmelodie vom Weißen Hai. Nicht schlecht. Es hat nur nicht ganz gepasst, glaube ich. Nein, nein, nein. Ging wieder gut ab hier. Na, bei mir leckt das total. Nicht so gut. Brauchst du einen neuen Rechner? Nein. Das ist die Standardantwort hier. Das leckt. Brauchst du einen neuen Rechner? Ja. Ja, Noob. Warum gucken sie nur zu und spielen dich mit? Noob. 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 Wieso? Bist du schon wieder tätig? Ja, ja. Andi steht da und macht nichts. Und ich stand schon mit der Waffe dran. Komm, lass mich rot. Hättest du mal erschossen, wahrscheinlich ist er jetzt Trader. Warte, ich hab dich schon rumbadert. Luki, Luki. Ah, Luki, Luki ist es. Ja, ich hatte den Mund voll, ja? Runterschlucken hilft. Kann es froh sein, dass ich da überhaupt noch drum herum reden konnte? Drumherum. Das ist alles Übung, Arni, gell? Alles. Ja, aber mit dem Punkt im Mund muss man erst mal reden können. Wo, 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 wo? Arni ist diesmal unschuldig. Wir haben eine Chance. Höchstens, der ist wieder ein Stück gleich. Aber warum fliegst du hier durch die Gegend? Fliege nicht. Bei mir schon. Du mit deinen Zauerns, Doktor. Ja. Mahlzeit. Ich musste aus meinem Charakter im Spiel immer gleich tun. Uah. Wer war das? Wer war das? Du, du, du. Hm? Da hat keiner Doppelung gemacht. Alter, was machst du denn? Hör auf! Wie? Warum ist dein Arsch explodiert beim Landen? Weil ich gesoffen hab. Ach, das macht was? Kennst du das nicht? Nein. Nein. Ich bin als Detektiv sehr lang... Ach so. Ja klar, wenn ich besoffen bin, explodiert mein Arsch. Mach mal wieder. Der altverkannte Bierschiss, wenn wir nach Hause kommen. Wohohohohoho. Da mag dich jemand nicht. Ja, ich mach dich, ne? Wow. Das ist mal Loki oder Heiko. Ja, ich nicht. Hat sich das gerade mit Loki erledigt? Ja, das ist mit Loki erst gerade erledigt. Loki schmeißt sich das. Heiko schmeißt sich das. Er hat eine Waffe, die man gut leuchten sieht. Finde ich gut. Boah, ich treffe nicht. Ich bin gut gestampft. Zielen oder andere Waffe, Tobi, wenn du nicht triffst. Brille aufsatzte Licht auch. Ich habe mir ein paar Mal Streifschuss verpasst, aber diese Waffe war sehr gut, weil da konnte ich drauf zielen. Weil ich habe die Textur nicht. Es war lila, so leuchtend pink. Ah, okay. Oh. Oh. Vielleicht hätte ich die Waffe doch nicht wegwerfen sollen. Ah. Hey. Waffe. 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 Ohne Witz. Ja, ich habe dieses komische Scharfschutz-Zugehörer gehabt. Das bringt ja nichts. Oder finde ich, das ist... Das ist gut. Dann schmeiße ich es weg. Ja, das leuchtet so. Dann beißt ja jeder, wo du bist. Hallo. Okay, das ist doof. Dann schmeiße ich es weg und dann finde ich keine neue Waffe. Auf den Scheiß hier falle ich jedes Mal rein. Diese Rohre, die da rumliegen. Ich denke aber, das kann ich aufsammeln. Ja, das sieht aus wie Ammo oder so. Ja. Okay. Du suchst sehr... Du hast... Du hast irgendwie einen Penny oder so. Oder warum guckst du die ganze auf Boden? Ich habe die Waffe. Ich wollte wissen, ob ich noch etwas Besseres finde, wie das, was ich habe. Wir sind hier alle vier auf einem Haufen. Ich gehe mal lieber. Du hast übrigens kein Skin, du bist der schwarze Mann, Arnie. Ich habe Angst vor dem schwarzen Mann, ne? Ich auch. Ja, du bist halt schwarz. Du bist halt schwarz, ne? Ja, wir haben Angst vor dem schwarzen Mann. Machen wir jetzt. Eigentlich wäre euer Text jetzt niemand. Und dann, wenn ich vorbeikomme, dann... Wenn ich vorbeikomme, dann? Ja, aber wenn Arnie kommt, dann... Dann kommt Arnie. Dann kommt Arnie. Das ist wie, wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone. Du musst aber aufpassen, könnte ins Auge gehen, ne? Was, wenn Arnie kommt? Jetzt connecte er erstmal hier zum Server, ne? Ich mach ja, ich mach ja. Ich mach ja. Ich bin dabei. Das Witzige ist, wenn gleich die... Wenn die Runde vorbei ist, dann kommt er noch mal von vorne zu laden. Tobi, wirst du noch da? Ja, ich glaub hier auf den Roh... Naja, ich bin da... Wer läuft dahinter? Achtung. Ich würd sagen, Loki ist dieser. Warum? Weil's denn dann... War der blau läuft. Achso. Ich dachte, Arnie wäre... Ah, nee, Arnie war der Schwarze. Ja. Ei, ei, ei. Boah! Tobi. Tobi, ich hab Heiko gesehen währenddessen. Tobi. Heiko, schießt noch nicht! Ja, du bist ja auch gecallt. Trotzdem kein Grund, auf mich zu schießen, oder? Tobi, Tobi. Oh, ich hab mal Plunking geschaut. Plunking, tut mir leid. Hauptverlust. Oh, die Runde ist vorbei. Mal sehen, ob der Doktor gleich wieder nahten muss. Ach, wir werden es erleben. Ja, wahrscheinlich. Hochhaus. Blackmesa. Was soll man das ist? Blackmesa ist von Half-Life. Zwei, glaub ich. Ich glaub, Luke kommt erst das Sea of Thieves. Nein, das ist das Hochhaus. Ich glaub, der Doktor hat kein Hochhaus. Gleich kommt Julia jetzt gleich. Echt? Julia, das hab ich von Gary's Mod online gekommen. Ach so, cool. Ich dachte, den wär auf einen Geburtstag. Ja, vielleicht ist sie abends auf einem Geburtstag. Vielleicht hat sie auch keinen Bock mehr auf den Geburtstag. Man weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Geburtstagskind auch gewünscht, dass er... Ich wünsche, dass du wieder gehst. Mach mal, wer ist diese Frau? Warum ist sie mein Kuchen? Warum benutzt ihr unser Internet, Papa? Was ist das für eine komische... Höhe aufgemacht, Geschenk entgegengenommen und wird zugemacht. Ein klassischer Geburtstag. Du ganz gehst. Was ist das hier für eine hässliche... Das hat er auch nicht... Boah, wer auch immer hier grad mit dem Brecheisen rummontiert hat... Alter, mach das nie wieder. Ich steh grad am Abgrund, guck aus dem Fenster... Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mal... Ich kenn... Ich kenn die Map auch nicht. Die ist neu für mich. Ich hör jemanden schießen. Boah, f*** dich doch, ey. Musst du schon wieder was runterladen? Ich starte das ganze Ding jetzt nochmal neu. Hallo, Le. Hallo. Ejo. Grüß dich Gott. Nein, ich bin tot. So fängt doch ein Spiel schon super an. Wenn Arnie schreit, ich bin tot. Ja. Okay. Ich kann da nicht beitreten. Weißt du, warum? Grino, Spielinfo, kann nie beitreten. Wart mal die Sachen über den Steam Store runter. Ich hab nochmal den Link. Achso. Ja, nicht nur Tobis Sammlung, sondern auch die... Die... Habt ihr schon wieder neue Sachen? Neues, wo sie herkommen. Wir haben nur eine sehr hässliche... Warum nehm ich auch nicht drauf? Dr. hat das Problem, dass er mit dem... Halt, stopp, stopp, stopp. Aber acht nehmen, ist ja noch keine acht, oder? Nein. Okay. So, guten Tag, Loki. Hallo. Hier gibt's ja eine Treppe. Jo, in Häusern gibt es manchmal Treppen. In meinem letzten Apartment gab's keine. Und dann... War ich plötzlich selber tot und ich weiß nicht, ob ich den anderen erwischt habe, auf dem ich geschossen hab. Nö. War das gar nicht ein Nö? Weil ich war auch tot. Ich weiß... Ich glaub, ich hab mich selber erwischt, indem ich durch das Fenster geschossen hab. Ach, leck mich, die Fenster haben Scheiben. Kein Wunder, war ich tot. Ja, die Fenster haben Scheiben. Das hab ich nicht gedacht, dann hab ich mich selber umgebracht. Okay. Boah, ist dieses... Ich glaub, der Arnie ist es. Was hast du für ein Problem, Doktor? Ich kam grad nicht drauf und es hat zu lange geladen und... Ach, das ist doch alles kacke. Ja, Tobi hat's letztens zerstört. Wir haben's ja wieder geflickt, oder? Ich muss mal kurz hier die Aufnahme und dann eine neue starten. Oop.